Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag in New York erneut zu einer Anklage befragt worden. Dabei ging es um einen 250 Millionen Dollar schweren Finanzbetrug. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James beschuldigte Trump, drei seiner erwachsenen Kinder und andere, gemeinsam jahrzehntelang Immobilienwerte und seinen Nettowert manipuliert zu haben, um günstige Kredite sowie Steuer- und Versicherungsvorteile zu erhalten. Die achtstündige Befragung fand hinter verschlossenen Türen statt. Eine Gruppe von Demonstranten hatte sich vor dem Büro der Generalstaatsanwältin versammelt. Er werde endlich zeigen können, was für ein großartiges, profitables und wertvolles Unternehmen er aufgebaut habe, schrieb Trump am frühen Donnerstagmorgen in einer Reihe von Beiträgen in sozialen Medien. Der Prozess wegen Finanzbetrugs soll am 2. Oktober beginnen.